Musik Es ist Energie, die sich bei vielen Jugendlichen in der Corona-Zeit angesammelt hat. Jetzt wird diese Energie bei so mancher Sportveranstaltung wieder abgebaut. Fußball steht bei den meisten Jugendlichen immer noch hoch im Kurs. Eine Möglichkeit sind die Fußballcamps, wie zum Beispiel auf der Moorinsel in Brugg. Wie schaut es generell um den Fußball, um den Jugendfußball, Sport in Österreich aus? Ja, also grundsätzlich gut. Natürlich durch die Corona-Pause ist es alles ein bisschen gehemmt gewesen heuer. Aber grundsätzlich ist der Anlauf oder der Zulauf beim Fußball eigentlich sehr groß. Also wir haben da bei dem Camp jetzt 39 Kinder. Da sind einige vom SC Brugg selbst dabei, aber wir haben auch neue Spieler dabei, die das einfach einmal probieren möchten. Was lernt man eigentlich bei so einem Kurs? Also dieses Camp sollte in erster Linie Spaß machen. Auch fußballisch soll immer ein bisschen was weiterkommen. Aber auch andere Sportarten sollen dabei gelernt werden, Laufen, Koordination, alles Mögliche. Wie wird das von der Jugend angenommen? Wird sehr gut angenommen. Also wir haben Kinder da im Alter von 5 bis 14 Jahren. Die sind bunt gemischt und ja, wird eigentlich sehr gut angenommen. Spaß steht im Vordergrund. Merkt man aber auch Talente, die es da dabei gibt? Ja, natürlich. Die Talente kommen aus, die kristallisieren sich raus. Spaß und Spiel sollen natürlich dabei sein. Das ist ganz wichtig, weil die Kinder sind ja doch den ganzen Tag beschäftigt. Und dann nur hartes Training zu machen, das wäre ein bisschen, ja, nicht gar so gut. Diese Camps erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Sind es doch so manch Vorbilder, denen die Kids nacheifern? Ja, grundsätzlich ist ein Bedarf. Also natürlich die Eltern haben nicht so viel Urlaub in der Sommerzeit. Das andere ist, es ist eine spielfreie Zeit von der Fußballsaison her. Und die Kinder sind doch sehr motiviert und wollen Bewegung und brauchen auch Bewegung. Und durch das ist das Ganze entstanden, diese ZH-Sportcamps. Gibt es dann durch so Camps dann Jugendliche oder Kinder, die einfach dann wirklich den Fußballsport weiter betreiben? Ja, natürlich. Also wir haben alle Jahre zwei bis fünf Kinder, die dann pro Camp dann weiter auch im Verein aktiv weiter Fußball spielen. Ja. Untertitelung. BR 2018 Auf der Suche nach dem Glück. Es ist so eine Sache mit dem Glück. Ein Sprichwort sagt, man könne es schmieden. Jedenfalls wird es gesucht, das große Glück. Ja, mit etwas Glück packt man es sogar beim Schopf und hält es fest. Wir Menschen streben nach Glück, wir spielen um das Glück. Ein Sex im Lot hat manchen Menschen zum Linear gemacht. So ein Glück, sagen wir dann neidisch. Ob dieser Mensch auch tatsächlich glücklich ist? Mir fällt das Märchen von Hans im Glück ein. So richtig glücklich war dieser Hans erst, als er sich von seinen Dingen befreit hatte. Auf der Suche nach dem großen Glück sollen wir nicht das kleine Glück übersehen, welches uns mit etwas Glück täglich begegnet. Glück ist, einen Partner zu haben, in dessen Armen man glücklich sein kann. Glück ist, Begegnungen mit glücklichen, frohen Menschen zu haben. Glück ist, in kalter Umgebung eine warme Hand zu drücken. Glück ist, als Eltern Kinder zu haben, die einen Junker halten. Glück ist, die Gabe zu haben, einander die Suppe des Lebens zu würzen und sie nicht zu versalzen. Auch das kleine Glück kann uns unbeschreibliches Glück erleben lassen. Auf dem Geburtstag, oder? Sie sind steirischer Heimatdichter. Erzählen Sie mir ein bisschen was. Wie sind Sie zum Dichten gekommen? Ja, gelernt habe ich das Schreiben in der Volksschule. Dann habe ich viele Aufsätze geschrieben, immer gute Aufsätze geschrieben. Dann habe ich den eigenen Kindern geholfen und die ältere Tochter, die Monika. Ich war in Völdbach im Borg. Und zwar Aufsätze, die Themen, weiß ich nicht mehr. Ja, mir haben es gut gefallen, die Tochter auch, aber der Frau Professor nicht. Und so hat sie auf die zwei Arbeiten einen Fleck gekriegt. Dann habe ich aufgehört mit dem Aufsatzschreiben und bin übergegangen zum Bücherschreiben. Und da habe ich eigentlich gefördert. Fred Strohmeier, der war Redakteur beim Neuen Land, früher Bauernbündler. Den kenne ich von Jugend auf und den habe ich mal was geschickt. Und der hat gesagt, mach weiter. Und so sind wir mehr geworden. Dann hat man Erfolg, dann leckt man Blut, dann kann man nicht mehr zurück. Gibt es eigentlich ein bevorzugtes Thema, das Sie beim Schreiben verwenden? Ja, eine Zeitgeschichte, wie es früher war und auch lustige Sachen. Manche halten mich vor, ich tue die Leute zum Nahen halten, aber das stimmt mir nicht. Ich kann auch über mich sollen nicht lachen. Die Computerumstellung. Da haben wir einen Computerkurs gemacht. Und am nächsten Kurstermin hat mir der Nachbar gefragt, der Kollege, wie geht es denn da mit dem Üben? Das ist ja ganz gut. Die Kotz darf schon im Büro bleiben, wenn ich mit der Computermaus arbeiten. Also kann über mich sollen was lachen und kann vielleicht auch über den anderen was lachen. Und hat neben dem Dichten in Ihrem Platz auch noch etwas, was Sie gern tun? Ja, Weingarten arbeiten. Wir haben die kleine Wirtschaft, Landwirtschaft, da haben wir die Jungen übergeben, die Waldrat. Und Weingarten, da wollen wir ein bisschen aus und ein bisschen Wein machen. Ja, und dann singen tut er auch, bei drei Köln. Wir haben in Steins, der ehemalige Gemeinde Steins, bei Straaten, einen Chor, dann ein Chor der Pfarre. Und ein Begräbnis-Chor tut singen, ja, das ist ja nicht wählerisch, die gestorben, da kann man singen. Ein Ehepaar feierte goldene Hochzeit. Fünfzig gemeinsame Jahre. Doch es dürften keine harmonischen Jahre gewesen sein. Die goldene Ehefrau knietet schon vor dem Altar. Doch der Bräutigam in Gold weigerte sich, neben seiner Frau in die Knie zu fallen. Herr Dechand wollte ihn ermutigen, doch zu seiner Frau zu gehen. Er wollte den Ehepaar der beiden erneuern und segnen. Schau mal, so hieß der Bräutigam. Du musst in die Kirche hinein, deine Worte schon trennen. Darauf der Ehemann. Du kannst rein gehen. Ich war ja füchzig an dem Teufel. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020